Liebe Fußballfans, wir können heute unseren großen Traum wahr werden lassen, wir können heute hier Fußballgeschichte schreiben. Und wir geben damit, dass wir ein Blick auf unsere Mannschafts-Ausstellung mit der Hurke Nummer 1, Fabio! Hurke Nummer 4, haben Sie lieb? Hurke Nummer 4, haben Sie lieb? Marcel, haben Sie lieb? Hurke Nummer 9, Yusuf, haben Sie lieb? Mit der Nummer 10, Emil, haben Sie lieb? Hurke Nummer 13, Stefan, haben Sie lieb? Mit der Hurke Nummer 16, Lukas, haben Sie lieb? Hurke Nummer 23, Marcel, haben Sie lieb? Mit der Hurke Nummer 24, Dominik, mit der Hurke Nummer 31, Diego, mit der Hurke Nummer 33, Marvin, und jetzt unser Zehner live! wow! Wenn wir gleich» und jetzt gehen wir an den Hurke! верke Nummer 4, Danke. Vielen Dank.